Herr Hecking, Jakub Lasikowski hat heute hinten rechts gespielt. Das hat er zeitweise in Frankfurt auch schon getan. Wie sind Sie mit seiner Leistung zufrieden und ist das eine Idee mit Zukunft? Meine Ideen haben immer Zukunft. Jakub, ja, es ist vielleicht ein bisschen ungewohnt, aber ich denke, er hat eine hohe Ballsicherheit auf der Position. Die hat er schon in Frankfurt gezeigt. Und die anderen Kandidaten, den Christian, waren halt in der Vorbereitung manchmal ein bisschen hektisch vom Spielaufbau. Wobei ich sagen muss, als er heute reinkommt, er hat das richtig gut gemacht. Aber so soll es ja auch sein, wenn einer draußen sitzt und kommt dann rein, dass er gleich sofort mir wieder zeigt, Trainer, das ist eine Momentaufnahme. Ja, ich war zufrieden mit der Idee für die Zukunft.